Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 12630 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich hoffe, dass mit dieser Anwendung meine Falten verschwinden. Ich hoffe, dass mit dieser Anwendung meine Falten verschwinden. Das Erlernen von Vokabeln ist ein lebenslanger Prozess. Ich habe nie aufgehört zu lernen. Das Erlernen von Vokabeln ist ein lebenslanger Prozess. Ich habe nie aufgehört zu lernen. Das Erlernen von Vokabeln ist ein lebenslanger Prozess. Ich habe nie aufgehört zu lernen. Ideen können leicht zusammenbrechen, wenn sie keine solide Grundlage haben. Ideen können leicht zusammenbrechen, wenn sie keine solide Grundlage haben. Der Kürbis ist schwer. Ich kann ihn kaum tragen. Der Kürbis ist schwer. Ich kann ihn kaum tragen. Was für ein Gericht kochst du hier am liebsten? Was für ein Gericht kochst du hier am liebsten? Die alten braunen Boxhandschuhe gehörten meinem Großvater. Keine Sorge. Das Schlimmste ist vorbei. Es geht wieder aufwärts. Keine Sorge. Das Schlimmste ist vorbei. Es geht wieder aufwärts. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und wir sind gleich noch qualche ein paar Tage, falls wir einen Aufwärtschiff haben. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann sind. Vielen Dank.